Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin- bzw. Kryptomarkt-Update. Es geht einiges vor sich. Wir sehen, dass die Märkte im totalen Ausverkauf sind. Und heute kommt direkt der nächste Klopper, nämlich die Verbraucherpreis-Kernrate bzw. der Verbraucherpreis-Index, die CPI aus den USA. Da werden wir sehen, ob es geschafft wurde, die Inflation etwas nach unten zu drücken, was letztendlich sehr, sehr positiv von den Märkten aufgenommen werden sollte. Oder wenn die CPI entsprechend höher ausfallen sollte, also schlechter, dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich den nächsten Kursrutsch nach unten dann auch auslösen. Und das wird die Kryptos mit großer, großer Wahrscheinlichkeit dann nochmal in ein tieferes Tief drücken. Aber ganz von vorn, was ist überhaupt passiert? Was ging diese Woche ab? Es gab schon einige Videos von meiner Seite dazu, aber trotzdem nochmal hier die Kurzfassung. Binance hat letztendlich angekündigt, FTT, also die eigene Währung von der Crypto-Exchange FTX, zu verkaufen. Und dass das ein großes Ding ist, sollte uns bewusst sein, denn Binance ist die größte Plattform weltweit für Crypto-Exchange und FTX die zweitgrößte. Dass die beiden mehr oder weniger zusammenhingen in den Anfängen, dann aber letztendlich sich so ein bisschen rivalisiert haben, sollte klar sein, weil letztendlich um den gleichen Kundenpool geworben wird. Jetzt hat Binance angekündigt, ihre FTT aus den Büchern zu streichen, was bedeutet, aus der Bilanz zu streichen, was letztendlich 1 zu 1 heißt, wir verkaufen. So, dieser Move war schon etwas fragwürdig, denn wenn du tatsächlich deine FTT verkaufen möchtest, dann kündigst du das ja nicht erst für den Markt an, der dann darauf nämlich sehr wahrscheinlich negativ reagiert, nämlich alle wollen schnell raus, wodurch der Preis von dem, ich meine es war bei den 24 Dollar circa, relativ schnell runtergebrochen ist auf unter 20 Dollar. Dann langsam bei 22 Dollar wieder stabilisiert und dann hieß es letztendlich, dass die FTT doch nicht verkauft werden sollen, sondern dass FTX gekauft wird. Und was war das Problem, beziehungsweise was war der Hintergrund? Relativ simpel, durch diese Ankündigung ist FTT deutlich nach unten gerutscht, was letztendlich Liquiditätsengpässe für FTX an sich, aber vor allem auch für Alameda, nämlich für die Landingplattform, das heißt dieser Crypto-Hedge-Fund, der unter FTX läuft, was hier relativ große Liquiditätsprobleme hätte aufbereiten können. Alameda hat dagegen gekontert und hat gesagt, nein, unsere Bücher bestehen nicht zu 50 bis 60 Prozent aus FTT, das ist eine falsche Behauptung. Dementsprechend sind wir glücklich, die FTT, die Binance verkaufen möchte, aufzukaufen. Nichtsdestotrotz ist der FTT-Preis kurzfristig so stark unter Druck geraten, dass eben Alameda und FTX sehr wahrscheinlich, so wurde es nach außen kommuniziert, Hilfe gesucht hat bei Binance und Binance hat gesagt, ja, wir sind da, wir unterstützen euch, nämlich indem wir euch kaufen. Und das war dann der Grund, warum FTT, wir können es uns mal anschauen im Chart, kleinen Moment, so, gezetelt hat. Wir haben hier quasi gesprochen von diesen 24, 25 Dollar und heute Morgen sind wir, nachdem der Markt sich ein bisschen erholt hat, bei 2,43 Dollar. Das ganze Ding hat sich gezehntelt und wir sehen innerhalb von einer Woche minus 90 Prozent und innerhalb von einem Jahr minus 96 Prozent. Denn klar ist, wenn FTX gefressen wird von Binance, wo ist dann letztendlich die Daseinsberechnung für FTT, sondern nämlich für BNB. BNB ist die eigene Währung für Binance, die dann natürlich deutlich mehr Volumen bekommt und der FTT komplett in den Boden stampft. Darauf hat der Markt natürlich erst mal mit deutlichen Abverkäufen reagiert. Dann kam der nächste Punkt, dann kam die Aussage, dass, ja, Auszahlungen seitens FTX, die größer als 1.000 Dollar sind, gestoppt wurden. Was natürlich sehr, sehr viel Panik verursacht hat und sehr, sehr viele Verkaufsorder in den Markt bekommen hat, was den Gesamtmarkt weiterhin unter Druck bekommen hat. Weiterhin natürlich auch andere Exchanges, das ist immer so eine Art, ja, so ein bisschen Kollateraleffekt, das andere Exchanges dann natürlich auch deutlich unter Druck geraten und auch da abverkauft wird, weil Unruhe im Kryptospace ist, weil die zweitgrößte Exchange deutlich unter Druck gerät beziehungsweise das gesamte Ökosystem, der eigentlich flach liegt. Was einfach Binance noch eine etwas größere Monopolstellung geben würde. Und klar, man kann behaupten, dass das der Plan von vornherein war bei diesen Spielereien. Nichtsdestotrotz, Binance ist halt auch nicht so der Superhelden der Kryptoszene. Binance ist in ganz, ganz vielen Orten auf dieser Welt noch nicht reguliert, beziehungsweise hat, wenn ich so formulieren darf, auf wirkliche Regulationsmechanismen oder Maßnahmen geschissen und trotzdem ihr Geschäft da eröffnet. Der Vertrieb beziehungsweise dieses Marketing von Binance ist brutal, natürlich auch, weil sie so ein bisschen first to the market waren, aber sie haben entsprechend sehr, sehr vieles richtig gemacht, was diese Außenwirkung anbelangt. Aber Binance ist halt entsprechend auch nicht ganz so sauber, wie es scheint, nur weil es groß ist. Und da sehen wir die allergrößte Krux in der Kryptoszene. Nämlich, wir denken, groß bedeutet sicher oder groß bedeutet gut. Das Ding ist, sowas hat sich relativ schnell verbreitet wie Laubfeuer. Deswegen ist das Ding groß geworden, weil halt auch der Krypto-Hype sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Nichtsdestotrotz konnte sich Binance dann extrem, extrem expandieren. Aber das letztendlich so ein bisschen willkürlich, so ein bisschen ungeachtet dessen, was eigentlich in den Ländern oder an den Mechanismen, die da quasi zu Nutzen gemacht werden müssen, irgendwie abgeht. Und das hat dazu geführt, dass letztendlich Binance so groß geworden ist, aber eben auch auf wackeligen Beinen steht. Und einige Hinweise liefern auch schon, dass Binance auch nicht so liquide ist. Aber wir sehen sehr, sehr häufig, dass diese Tweets entsprechend von CZ, also von dem CEO von Binance, dass die immer sehr, sehr hochnässig sind. Dieses, ja, FTX hat nichts gebackt quasi. Also euer Geld, was bei FTX liegt, das ist nirgendwo richtig gebackt, sondern das ist halt mehr oder weniger durch Lending, also quasi durch Laien zusammengekommen. Oder halt eben, das ist so ein Kollateraleffekt wie auch hier. Und Alameda versucht entsprechend dann durch den Handel und das hin und her buxieren, irgendwie eure Pfand zu sichern. Was für dich bedeutet, quasi im einfachsten Maß übersetzt ist, du gibst einer Bank dein Geld und diese Bank nutzt dein Geld quasi, aber dein Geld ist gar nicht hinterlegt. Wenn du 1000 Euro auf deine Bank einzahlst, sind gar nicht 1000 Euro hinterlegt, die du da eigentlich gezahlt hast, sondern vielleicht nur 10 Euro oder nur 100 Euro, weil die restlichen 900 Euro als Kapital genutzt werden für andere wirtschaftliche Aktivitäten, die Profit bringen sollen, was letztendlich da natürlich irgendwo ein Problem wird, weil wenn ganz viele Menschen jetzt ihre 1000 Euro abheben wollen, dann ist das Geld sehr, sehr wahrscheinlich nicht da oder in irgendwas gebunden. Und das war eben der Punkt. Das heißt also, was FTX deutlich vorgeworfen wird, ob das so stimmt, das ist, man kann es meiner Meinung nach heutzutage gar nicht mehr so richtig sagen, ob das stimmt, aber du hast 1000 Euro eingezahlt oder ganz viele Menschen haben 1000 Euro eingezahlt, davon wurden gerade mal 100 Euro dann quasi hinterlegt. Die 900 Euro wurden letztendlich dann genutzt, um damit zu handeln und diese 900 Euro sind bei FTX und FTT gelandet, um das letztendlich zu stabilisieren, um dieses Ökosystem aufrecht zu erhalten und deswegen könnte es da, und das war auch der Vergleich mit 3Aero Capital beziehungsweise mit Terra Luna und UST. Wenn ganz viele Menschen jetzt dieses Geld haben wollen, dann würde FTT sehr, sehr stark abverkauft werden müssen, weswegen dieser hohe Stock quasi, also diese hohe Bilanz an FTT von FTX beziehungsweise Alameda so schlimm war, weil dann würde hier ganz, ganz viel abgekauft werden müssen, was das gesamte Staking, was das gesamte Ökosystem FTX und FTT ins Wackeln bringen würde. Dadurch könnten letztendlich die Transaktionen nicht mehr so günstig oder nicht mehr gut durchgeführt werden und dadurch würde es zu riesen Liquiditätslücken kommen. Wir schauen uns mal an, was CZ beziehungsweise was auf Twitter abgeht. So, da sind wir auf dem offiziellen Twitter-Account von CZ, also dem Binance CEO und ich sage dir ehrlich, da geht es gerade mehr ab bei der Bild-Zeitung oder bei RTL-Exklusiv oder keine Ahnung was. Hier folgt quasi im Stundentakt immer wieder Neues, immer wieder Neues und wir sehen hier, dass sehr, sehr stark immer von dieser Transparenz gesprochen wird, seitens CZ und so weiter und so fort, was letztendlich dann hier auch immer wieder quasi darstellt, dass sich Binance in eine höhere Position begeben möchte. Nämlich hier wird geschrieben, Two big lessons, ja, zwei große Lektionen. Never use a token you created as collateral. Das ist das, dass das Geld, was du quasi einnimmst oder was du verwalten sollst, dass das nicht in deinem eigenen Coin landet. Und zweitens, don't borrow, also leide nicht, if you run a crypto-business. Don't use capital efficiently, have a large reserve. Und das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben, dass das eben FTX so ein bisschen unangenehm vorgeworfen wird. Binance has never used BNB for collateral and we never have taken on debt. Und das ist eben was, wo sich Binance jetzt deutlich quasi herausragen möchte. Sehen auch hier, all crypto exchanges should do, Merkertree, proof of reserves und so weiter und so fort. Wir sehen, hier wird einiges, einiges, einiges immer wieder quasi nach außen geworfen, damit man sich selber besser darstellt. Gerüchten zufolge, mach da gerne mal deine eigene Recherche. Stimmt das nicht so wirklich? Und deswegen, ihr wisst, ich bin eher pessimistisch, was den Cryptospace anbelangt. Und ich bin jetzt durch diese Geschichten noch pessimistischer als zuvor. Wir müssen uns dir mal vorstellen, das ist quasi wie in unserer realen Welt. Zum Beispiel die Deutsche Bank, klar, auch nicht mehr den besten Ruf, aber irgendwo haben die Banken noch ihren etablierten Ruf bei uns. Stell dir mal vor, vor 20, 30 Jahren, als so eine riesen Volksbank, die Deutsche Bank, zum Beispiel halt Liquiditätsprobleme bekommt und Millionen von Menschen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen weltweit auf einmal nicht mehr an ihr Geld kommen können. Stell dir mal vor, was das für ein riesen Ding auswirken würde. Und das ist das Gleiche für den Cryptospace gerade. Und deswegen bin ich extrem negativ gestimmt. Egal, was dabei rauskommt. Na ja, hier auf jeden Fall ist dann dieser besagte Artikel. FTX hat nach unserer Hilfe gefragt. Hier sehen wir es, to protect users, also um die Benutzer zu schützen, haben wir ein non-binding LOI, letztendlich unterschrieben, intending to fully acquire FTX.com and help cover the liquidity crunch. Heißt also, sie wollten mit ihrer Liquidity da letztendlich dann aushelfen. Naja, was geht jetzt ab? Wir sehen, as a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of FTX.com. Was bedeutet, vor neun Stunden wurde getwittert, dass sich sehr wahrscheinlich Binance und CTZ aus dem Business, aus dem Deal herausziehen wird. Damit bleibt FTX quasi, ja, das kleine Mäuschen in der Ecke, dem unfassbar geschadet wurde. Da ist ein riesen, riesen, riesen Schaden entstanden. FTX wird Millionen Nutzer verloren haben. Der Preis von FTT, der ist komplett im Arsch. Also da auch keine Hoffnung, dass das irgendwie in den nächsten Monaten dann wieder nach oben führen wird. Und auch Binance wird sicherlich da einen Image-Schaden durchbekommen. Stellt sich hier ein bisschen als Held dar, aber trotzdem das Vertrauen im Crypto-Space ist dadurch noch mehr weg. Zeigt, wie schlecht die gesamte Situation einfach noch um Krypto letztendlich generell so besteht. Und führt einfach dazu, dass wir diesen unfassbaren Abverkauf an den Märkten erlebt haben. Jetzt sehen wir heute Morgen leichtes Plus, ja, in einigen der Märkte. Also leicht erholen liegt aber nur daran, dass wir gestern wirklich am neuen Tiefpunkt geschlossen haben. Wir haben ein neues Tief gemacht. Wir waren bei den 15.500 US-Dollar. Und das stellt charttechnisch gesehen jetzt erstmal ein ganz, ganz dickes Brett dar, weil wir wirklich sehr tief geschlossen haben. Und auch hier müssen wir uns einfach mal anschauen. Wir haben einen Umverteilungsbereich und der liegt jetzt im Bereich der 18.3, 18.4. Das heißt, der große, große Support, der lange Zeit gehalten hat, ist der Support, der jetzt zur möglichen Umverteilung aka einer möglichen Resistance fungieren kann. Dass das nicht 1 zu 1 übertragbar ist, solltest du spätestens auf diesem Kanal hier mitgenommen haben. Aber wir haben sehr, sehr lange darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein tieferes Tief machen, enorm groß ist. Darüber haben wir fast in jedem Video gesprochen. Und wenn du hier diesen Kanal verfolgst, dann wirst du das vielleicht hoffentlich auch ein bisschen berücksichtigt haben. Und selbst wenn nicht von diesen Short-Bewegungen profitiert, das ist auch nicht immer ganz einfach, ja, es ist immer so schön leicht gesagt, aber dass du dich zumindest vor den großen, positiven, oder ich sag mal, großen Abverkäufen irgendwie positiv schützen konntest, indem du halt da irgendwie deine Bestände gehedget hast oder, oder, oder. Wir haben jetzt hier ein deutliches neues Tief gebildet. Wir sind wirklich sehr, sehr weit nach unten gewandert. Und auch hier, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir machen den logarithmischen Chart mal weg, der sieht nämlich auch nicht mehr so super aus, dann sehen wir, wir haben tatsächlich sogar noch Potenzial runter auf die 12.000 US-Dollar zu gehen. Ist das der Fall, dass das jetzt sofort kommt und schnell kommt? Und, naja, wir wissen ja nicht genau, was letztendlich seitens Binance und FTX hier noch alles ans Tageslicht kommt, aber so wahrscheinlich ist es nicht unbedingt, dass sich das Ganze stark nach unten beschleunigt. Aber, und das ist noch die letzte News, die quasi heute kommt, wir haben den Verbraucherpreis. Und der Verbraucherpreis, die Inflation, war ja früher sehr, sehr häufig hohe Inflation, heißt ja, viel Geld wird gedruckt, heißt ja, dass letztendlich zum Beispiel Bitcoin nach oben gehen sollte, weil Bitcoin deflationär ist, beziehungsweise limitiert. Und das war immer positiv zu sehen. Jetzt in den letzten Monaten hast du gesehen, steigende Inflation ist negativ für Bitcoin, und zwar sehr. Und das wird jetzt heute spannend, ob wir tatsächlich die Inflation etwas im Griff sehen, dass sich das Ganze etwas deeskaliert hat, oder wenn die Inflation stark steigt, beziehungsweise gleich bleibt, sollte das einen deutlichen Abverkauf in den Gesamtmärkten wieder auswirken, weil nämlich die Sache ist da, dass die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, sehr, sehr wahrscheinlich da auch wieder die Preise anheben wird, was letztendlich den US-Dollar anbelangt. Das heißt, Zinserhöhungen, die erhoffte Pause der Geschwindigkeit wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht kommen. Und dann kann es nochmal sehr, sehr kalt und bitter an den Märkten werden. Wir schauen uns nachher an, was die CPI mit sich bringt. Es ist eine historische Woche für den Kryptomarkt definitiv, aber auch für die Gesamtmärkte. Wir sehen einfach immer und immer wieder, in welchen verrückten Zeiten wir uns gerade aufhalten. Deswegen bleibt mir nur übrig zu sagen, stay safe, stay tuned, immer ein bisschen aufpassen, das Ego mal an den Märkten weglassen und im besten Fall einfach mal zuschauen. Und damit ist sehr häufig deutlich besser getan als alles andere. Suchst du noch eine andere Crypto Exchange? Das Vertrauen in Crypto Exchange ist sowieso immer so eine Sache. Wir arbeiten seit längerer Zeit mit BitGate zusammen und sind da ziemlich glücklich. Aber do your own research. Guck dir das an. Ja, keine Crypto Exchange wird dir Geld schenken oder wird sagen, wir sind für dich da und keine Ahnung was. Jetzt natürlich erst mal wieder, wenn du weg von FTX oder von Binance willst oder musst, kann das eine Alternative sein, aber do your own research. Ja, ich empfehle immer noch, lass dir ein bisschen was auf den Exchanges für den Handel, aber niemals große Beträge auf den Exchanges liegen lassen, weil es gilt immer not your key, not your coin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damit verabschiede ich mich in diesem Donnerstag, wünsche eine wundervolle Zeit und wir hören uns sehr wahrscheinlich später. Bis bald. Ciao, ciao.